Musik 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 So, hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zum dritten Part von Perfect World Eclipse. Es ruckelt immer noch wie Sau. Das Problem ist, dass es immer noch derselbe Tag ist und nicht immer noch aufnehme, weil ich gerade riesig Bock dazu habe. Aber irgendwie alle das tun wollen. Nicht unbedingt weil sie aufnehmen wollen, aber einfach weil sie zocken wollen. Und ich würde ganz gerne mal dahin nehmen, weil das auch noch eine Quest, die man machen kann. Und der irgendwie mega umzingelt ist von allen. Ah, das ist dieser Bankier-Fritze. Was kann ich bei dem denn machen? Tresorplätze erweitern, Inventarstein, 10 Millionen Geldscheine. Ich hatte geplant, den Platz in meiner Bank zu erweitern. Ich brauche 5 mystisches Fleisch, 5 Tarnhäute, 5 Elementsstaubkörner, 5 Falsche Fälle, 5 Fühler und 5 Rino Zoraushörner. Scheiße. Ja, genau. Ein andermal. Okay, jetzt wollte ich eigentlich hier dieses Bestienviech töten. Hier stand gerade irgendwas von Ertragszeit oder sowas. Hier. Ihr habt ins Ertragsgebiet betreten. Ja, genau. Es wird eure Ertragszeit verringern, Monster zu töten. Ertragszeit, 7 Stunden, 7 Minuten. Where can I exit this world? Wie süß. Himmelsorakeltruhe. Kann ich damit irgendwas tun? Oh, cool. Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Ein Bestienbild erhalten. Achso, das war das. Hier. Göttliche Bestienbild. Gästchen auf der Karte scheinen lebendig zu sein, sie bewegen sich wirklich. Oh, okay. Ich dachte, ich müsste dafür irgendwas töten. Gut, offensichtlich nicht. Boutique. Ja, genau. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu nah an meinem Charakter gerade dran. Ich will endlich Flügel haben. Ich will wissen, wie die Flügel bei denen aussehen. Und vor allem will ich wissen, wann ich aus diesem Startgebiet rauskomme. Ja, hier sind wir. Ja, hier sind wir. Das ist das Bestienbild. Gut. Ihr könnt es zwar nicht mit euch nehmen, doch sobald ihr einmal damit verbunden seid, könnt ihr es verwenden, um die Seele der heiligen Bestie einzufangen. Ich kann euch leider nicht erlauben, diesen Gegenstand mitzunehmen. Ich vertraue euch natürlich doch, das Risiko ist zu groß. Alles klar. Achso, jetzt muss ich ein bisschen warten. Seelenverbindung. Verbindung. 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 Okay, nochmal anquatschen. Aha, eine perfekte Verbindung. Bemerkenswert. Ihr habt eine erstaunlich hohe spirituelle Affinität. Ihr seid nun mit dem Bestienbild verbunden. Nun liegt es an euch, die sieben heiligen Bestien einzufangen. Coole Sache. Jetzt muss ich den aber trotzdem noch einmal anquatschen. Weil Flammenstromschmetterling. Alles ist vorbereitet. Ihr könnt jederzeit aufbrechen. Oh, wartet, das hätte ich beinah vergessen. Ihr braucht noch ein weiteres Hilfsmittel, um euch gegen die mächtige Feuermagie des Flammenstromschmetterlings zu schützen. Feuer begegnet man am besten mit Wasser. Badet euch zunächst im Seegottesauge. Das wird eurem Feuerwiderstand erhöhen. Oh, cool. Das ist gut. Süßchen. Das ist cool, dass die Koordinaten hier oben stehen. So muss ich diesen komischen See nicht nur extra suchen. Kann da einfach hinlaufen. Wieder ein wenig aus dem Getümmel raus. Miss Vinox und ein Bärenwaldaffe. Ja, die können ja hier wahrscheinlich auch schon ihre Tiere zähmen, oder? Oder ist das eine Mystikerin? Ich glaube Mystiker waren, dass die die Tiere beschworen konnten. Beschworen? Ich werde mich auch hüten, nochmal in Klassen- und Rassenvorstellungsvideo zu machen. Das ist die letzten zwei Male ja etwas schief gelaufen. Achja, was ich noch ansprechen wollte. Wer mir auf Facebook folgt, hat glaube ich mitbekommen, dass... das haben wahrscheinlich jetzt viele in Anspruch genommen. Das Problem ist nur, dass die für dieses Level 95 nichts getan haben, außer dafür zu bezahlen. Das heißt, die haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, was so ein Level 95 alles kann. Jetzt ist hier natürlich jeder der Meinung, dass diese Spieler, die jetzt durch das Geld auf Level 95 gekommen sind, natürlich totale Noobs sind, weil sie ja keine Ahnung von dem Spieler haben und so. Okay, jetzt habe ich im See gebadet. Sehr nice. Was sind das denn da für Dinge? Dunkelschattenquelle? Qualle, wollte ich schon sagen. Okay, und hier hin. Oh, das sieht so cool aus hier. Gesegnete Kettenhose. Ach ja, ich wollte immer noch mein Zeug verkaufen. Ich habe es jetzt natürlich immer noch nicht getan. Naja, was soll's. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ach, ich muss in die ganz andere Richtung. Auf zu dem Schmetterling. Ich wünschte ja, ich könnte schon fliegen. Ich habe aber auch ehrlich gesagt absolut keine Ahnung. Noema zurück. Noema, sind das nicht diese Kriegs-Avatar-Dinge? Hier, da ist doch Kriegs-Avatar. Noema. Noema-Beute-Monster. Ach, es gibt so vieles, was ich in dem Spiel einfach überhaupt noch nicht checke. Das ist schade. Ich komme einfach viel zu selten dazu, das mal wirklich zu spielen. Und das Problem ist, dass ich auch absolut irgendwie gar keine Lust habe, mir jetzt großartig alles mögliche durchzulesen, nur um hier in dem Spiel weiterzukommen. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn ich die Quests so nach und nach durchspielen kann. Nehmen wir weg das Ding hier. Nein, ich hänge fest. Wow. Boah, ist das cool. Das wäre ja eigentlich so ein Thumbnail wert, oder? Warte, wie war das nochmal? Halt und Halt. Ja. Gut, wenn ich jetzt noch die Spielernamen ausstellen könnte. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ähm. War das bei den Einstellungen? Da. Spiel. Oder? Hier, nee. Spielernamen. So, da. Bestätigt. Was ist das mit meinem eigenen Namen? Den will ich auch nicht sehen. Naja, ist egal. Da müsst ihr wenigstens an, wie ich heiße. Höhöhöhö. So, und jetzt? Tata! Screenshot. Dann kann ich das nämlich direkt vor Thumbnail benutzen. Yay! Okay, jetzt habe ich natürlich die Spielernamen ausgestellt. Ist egal. Was muss ich tun? Flammenstrom, Schmetterlingsseele. Wo ist es? Ach, hier oben. Hui, ich sammle wieder Zeug ein. Hilfe! Ich sehe nichts. Okay, das Problem ist, dass das Vieh fliegt. Das ist irgendwie blöd. Komm ich dann da überhaupt dran? Da ist er. Komm ich ran. Okay. Okay, es hat funktioniert. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Kalkpulver. Nehmen wir mit. Passt. Kann man bestimmt für viel Geld verkaufen. Höhöhöhö. Ganz bestimmt. Gut. Ist wahrscheinlich genauso wenig wert wie der ganze andere Driss. Kann man hier rein? Das ist einfach cool. Ich liebe es. Achso, ich muss ja hier. Da genau. Okay. Okay. Das ist das Schöne an dem Autorouting. Die laufen einfach immer von ganz alleine dahin, ohne dass man irgendwas machen muss. Mittlerer Mana-Trank. Achso, ich wollte die Tränke eigentlich mal hier runterziehen. Den kann ich anlegen, glaube ich. Magischer Angriff. Habe ich überhaupt einen magischen Angriff? Was ist das denn? Blammstrom, Schmetterlingseele. Cool. Na, das Kalkpulver kann ich für eins verkaufen. Das ist totaler Bullshit. Äh, physische Verteidigung 23. Was habe ich hier gerade an? 23, okay. Okay, das wollte ich mal hier runterziehen. Das auch. Bringt mir wahrscheinlich gar nicht wirklich was, aber warum nicht? Was haben wir hier? Machst du dieses Elementarpulver, genau. Yeah, die Friseure. Ich habe 918 schon und das allein durch... Ja gut, durch die Quests habe ich ja natürlich auch was bekommen. Ich bin bisher noch nicht in eine Gruppe reingezogen worden. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Im letzten Mal bin ich ja ständig in irgendwelchen Gruppen gelandet. Ah, okay. Hilfe. Ah. Oh, da ist eine blaue Quest. Wart mal. Da will ich doch jetzt mal hin. Oh. Upsi. Hallo, du da. Du hast eine Quest für mich. Ja. 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 Ich habe keine Hoffnung mehr für sie. Es wäre das Beste, sie zu vernichten und somit von ihrem Elend zu erlösen. Heißt also, ich muss wahrscheinlich wieder irgendwelche Viecher killen. Ich gehe jetzt aber erstmal zum Beschreiber und gebe dem seine Schmetterlingsseele. Okay. Ah, die Seele des Flammenstromschmetterlings gibt sie mir und ich werde sie mit dem Bestienbild versiegeln. Was für ein guter Anfang. Ich habe nun wieder mehr Zuversicht in unsere Mission. Die anderen Bestien werden so leicht zu bezwingen sein? Meine ich nicht, eigentlich werden nicht so leicht zu bezwingen sein? Ist egal. Jetzt brauche ich wieder die nächste Quest von dir. Kleine Leben. Die Bauer des Flammenstromschmetterlings so stärker als ich befürchtet habe. Sogar die harmlosen molligen Vögel im Norden sind hier erliegen. Erliegen eigentlich. Ach, ist egal. Doch ich denke, es ist noch nicht zu spät, die nächste Generation dieser Tiere zu retten. Ich versuche ihre ungeschlüpften Küken zu retten. Na gerne doch. Und da war aber noch eine Quest. Wind kommt auf. Ein merkwürdiger stürmischer Wind scheint alle heiligen Bestien zu begleiten. Im Norden ist ein Hain von Bäumen, deren Früchte unabdingbar für die Ausbildung unserer jungen Krieger sind. Doch viele dieser wertvollen Früchte wurden von dem Wind herabgegeht. Könntet ihr uns ein paar davon sammeln? Natürlich doch. Dann sammle ich die noch mal direkt. Muss ich natürlich gucken, wie viel Zeit ich noch habe. 14 Minuten habe ich jetzt. Warum haben die alle schon ein Reittier? Ich will auch ein Reittier haben, oder? Ich weiß nicht, das ist wieder so ein Dungeon oder sowas. Wäre es Kindergeier. Achso. Ecker macht krach. Wie sieht es mit meinen Fähigkeiten aus? Ach, das sind die Quests. Bullshit. Fähigkeiten. Wann kann ich ihm das hier erlernen? Level 4? Kann ich doch schon längst erlernen. Müsste ich mal meinen komischen Ausbilder aufsuchen, hm? Gefallene Frucht. Achso, hier. So. Und direkt die zweite. Okay. Das war's schon. Hm. Gut. Dann suche ich direkt mal das Ei. Das müsste auch irgendwo hier in der Gegend sein. Was sind das denn für Viecher? Gesichtslose Affen. Uh. Jajaja. Abenddunstallee. Heruntergefallene Frucht. Ähm. Muss ich die Viecher töten? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, die Jada. Okay. Ja. Muss ich. Offensichtlich. Gut. Wo sind die anderen Viecher? Na gut. Ist egal. Der Großteil des Parts besteht aus Laufen. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Da kann man sich so ein kleines bisschen die Umgebung angucken. Aber mich würde wirklich mal interessieren, wann ich jetzt hier wegkomme. Weil das ist ja eigentlich offiziell nicht Perfect World, soweit ich weiß. Das ist ja wieder nur dieses Anfangsgebiet. Hm. Ach, das sind diese Wespen, ne? Ja. Okay. Komm schon. Attack! 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 Ich kann die nicht eingreifen, wenn die da oben sind. Na also. Eine habe ich schon mal. Hat hier irgendwas fallen gelassen? Abgesehen von Münzen? Offensichtlich nicht. Ähm. Wo ist die nächste? Ich kann vermutlich an gar keine von denen rankommen. Doch, die da. Oder? Ich versuch's einfach mal. Komm schon. Traummord-Motte. Yay. Warum sterben die da oben in der Luft? Das ist doch blöd. So. Und. Ah, hier. Ist ja süß. Oh. Die funkeln. Ah, hier. Mann, oh. Ich finde das voll blöd, dass ich die töten muss. Ich finde das voll blöd, dass ich die töten muss. Und. So. Die Münzen nehme ich noch gerne mit. Und das war's schon. Habe ich dafür jetzt schon irgendwas bekommen? Manchmal kriegt man die Sachen direkt ins Inventar. Das ist verdorbene Ei. Das hier. Darunter gefallene Früchte. Ja. Hm. Ich wünschte, ich könnte so ein bisschen beschwerigen. Was haben wir denn hier? Hyper-XP. Bräunet. Meditation. Kriegs-Avatar. Da. Level 40 erreichen, um Meridian öffnen zu können. Okay. Das habe ich auch noch nicht so ganz gecheckt mit diesem Meridian. Ich kann ja hier Gedöns verteilen. Wartet mal. Stärke und Geschick. Zu gleichen Teilen. Eins, zwei, drei. 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 Eins, zwei. Okay. Das lasse ich erst mal so und dann warte ich erst mal ab, was so gesagt wird. Was ich für meine Waffen brauche und wie ich die denn jetzt skillen muss. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So, dann gebe ich noch schnell meine Quests ab. Und dann war es das auch schon wieder mit der Folge. Äh, ruckel, ruckel, ruckel. Mal gucken, wann ich das nächste Mal dazu komme, aufzunehmen. Ich muss ja noch gucken, was ich hier für ein Intro hinpacke. Ach, ich wollte noch kurz noch meine Fähigkeiten gucken. Dass ich eventuell noch die ein oder andere neue Fähigkeit erlernen kann. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, wäre es wahrscheinlich gar nicht so furchtbar schlimm mit diesem Krukel. Wundervoll und schon ganz reif. So, noch einmal. Hm, der verderbende Einfluss des Schmetterlings liegt auch auf diesem Ei. Doch es scheint noch nicht zu spät zu sein. Ich könnte möglicherweise das Ei davon befreien, bevor das Kilo schlüpft. Ah, wo wir gerade von Schlüpfen reden. Bringt dieses Ei zum Tierverwalter. Ich werde mich selbst um dieses Ei kümmern. Okay, Tierverwalter. Jetzt wollte ich aber eigentlich nach meinem Fritzen hier gucken. Oder sagen wir nach demjenigen, der... Das sieht nach Erdwächter aus. Meereskind. Ich habe keine Ahnung, wo meine Klasse jetzt ist. Hör mal nur. Da sind die. Wo bin ich denn eigentlich am Anfang gelandet? Hier? Wer ist das? Erdwächter. Okay, ich muss gucken, wo meine sind. Prinzipiell brauche ich eigentlich auch keinen Guide. Ich brauche nur eigentlich irgendwen, der mir meine Fähigkeiten beibringen kann. Wenn ich keine Ahnung habe, wer das sein soll. Hier in der Mitte? Nein, die stehen hier einfach nur rum und sehen gut aus. Das sieht doch ganz gut aus hier. Also das können zumindest keine Erdwächter sein. Das könnten die Biestkrieger sein. Oder? Ne, die Menschen. Aha, das sind die Menschen. Scheiße. Okay. Also Flügel haben wir ja eigentlich keine. Zumindest nicht, dass ich es wüsste. Was ist das hier? Das ist der Burgenschütze. Dann gibt es auf der anderen Seite nochmal. Das ist vollkommen egal, wo diese komischen Statuen stehen. Fällt mir gerade auf. Das ist der Bankier. Der bringt mir nämlich schon überhaupt nichts. Wen haben wir hier Nachtschatten abgesandter? War der das nicht? Der war das doch. Nein, offensichtlich nicht. Bei wem kann ich denn meine Fähigkeiten lernen? Tierverwalterin. Gut, dann gebe ich zumindest die E-Request noch ab. Willkommen, mein junger Freund. Habt ihr ein Haustierei, das ihr ausbrüten möchtet? Dann bin ich euer Mann. Mann vor allem. Ich kann nicht nur Eier für euch ausbrüten, sondern Haustierei auch wieder in ihre ursprüngliche Eier vor dem Verband. Und dazu biete ich noch viele andere Haustierei Gegenstände und Technik an. Oh, Level Up. Da seht ihr es hier schon. Level 7. Jetzt... Was ist hier? Achja, dieser Chakron, irgendwas. Ähm... Ja, das war dann quasi auch schon der dritte Part. Ich bin wirklich ziemlich gespannt, wann ich hier wegkomme. Ich bin vom Entschaden noch etwas ratlos. Auch gerade, weil ich keine Ahnung habe, wie ich meine Fähigkeiten lernen kann. Es wäre schon mal irgendwie schön, das herauszufinden. Ähm... Während Transformation wird auf der Linkseite oder so... Ja gut, ähm... Normalerweise könnte ich auch schon diese Handwerkskünste erlernen. Ist irgendwie auch nicht der Fall. Ja gut, was soll's. Vielleicht finde ich das ja noch raus. Vielleicht muss ich mich ja doch hin und wieder mal so ein bisschen einlesen in die Sachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das waren dann so mal die ersten drei Parts von Eclipse. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Ciao.